Licht an, Licht aus, an, aus. Gräfin Irma. Wie viel wiegen Sie? Können Sie turnen? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Die Kaiserin braucht eine Frau an ihrer Seite, die mich ersetzen kann. Und das wird nicht leicht sein. Sie schlagen sich besser als Ihre Vorgängerin. Jetzt wirklich? Es war in Ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. Elisabeth! Und wenn Sie das Licht wieder von einem wegnahm, war es, als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz gerammt. Sissi, als deine Freundin kann ich das nicht erlauben. Du bist nicht meine Freundin. Lach doch mal. Das ist ein Ehrenhaus. Dann muss man sich anständig benehmen. Ich mag dich gerne, wenn du so bist. Ich mag dich aber nicht mehr. Sie kann bleiben. Vielen Dank. Da würde sich meine Mutter sehr freuen. Steve Kester, wie iss für dich. Ich mag dich doch nicht. Ich mag dich doch mal. Tschüss. Sag'ative Joel. Tschüss.